Leute, guckt euch den Beutel nochmal an! Gleich ist er weg! Au! Du schießt auf mich! Beutel! Ich bin tot! Das ist tot! Der fliegt hin und verpicht das 5 Mark Stück! Sechs Rounds! Ja, nochmal! Na ja, so kriegt man auch's Geld los! Ja, zu teuer ist es ja nicht! Zu teuer ist es ja nicht gewesen! Ja, trotzdem, Benji, für mich ist das viel wert! Ja, ich war am Anfang auch so! So verbittert! Jetzt mal vorher laden können das Magazin! Halt deine Schnauze! Guck dir nämlich zu! Ach so! Geschmack! Oh! Chat Lens! Danke fürs Follow! Sehe ich gerade! Das ist ja geil! Ich wusste gar nicht, was das ging! Danke! Aber schau auch mal auf seinen YouTube-Kanal! Da kommen nämlich die ganzen geilen Videos! Mit uns! Mit uns! Dreien! Dream Team! Lohnt sich auf jeden Fall! Reisegruppe Chaos, wie Beutel so schön sagt! Ach so! Auf YouTube hast du schon! Ah! Merci! Danke! Ja, das ist immer so! Man würde sich ja gerne bedanken, ja! Aber man sieht ja immer nicht, wer dich abonniert oder so! Das ist... Du hast deinen Alerts aus, oder? Nee, nee! Auf YouTube kriegst du das nicht! Also, das siehst du ja nur, wenn die Leute selbst ihre adoptierten Kanäle... Nee, ich meine... Nee, nicht adoptiert, abonnierten Kanäle freigeben! Adoptiert! Mit den Beutel! Ach so! Ich habe mir hier gerade eine A gegeben, aber da kam nicht! Doch! Na klar kam das! Was? Das ist ein guter Schuss eigentlich, weißt du, was da ist! Weil du keine Ohren hast! Wenn ich mitlaufen hab mit Haube! Du kriegst mal ein paar hinter den Löffel! Du hast Mit-Esser! Oh, ich glaube, der Wodka wirkt schon! Ey, du sprichst doch mal offen! Sprichst du mal offen! Sprich Hochdeutsch! Ja, endlich brichst du mal offen! Endlich brichst du mal! Das ist doch voll gebrochen! Ihhh! Beutel hat diverse Male ohne Kabel in der Gitarre gespielt! Ach so! Ich hab's nicht gemerkt! Ich hab's nicht gemerkt! Ich war immer besprochen und hab gefeiert! Junge, bin ich gut heute! Ach ne, wir springen in die falsche Richtung! Wo ist denn der Skeff hier oben? Wenn man jetzt rechts guckt, sieht man manchmal PMCs! Da lang rennen! Ah! Da oben! Mhm! Wie seid ihr hier den Felsen hochgekommen, Alter? Ich komm hier nicht hoch! Mit Absolut! Ja, nicht an der steilsten Stelle! Hahaha! Der erste Skeff könnte schon hier unten sein an dem... Na? Kran! Das ist wohl wahr! Aber wir müssen aufpassen, dass kein PMC da oben an dem Hügel sitzt! Mhm! Ich bin erstmal außer Puste, Leute! Und ich hab mich auch nur wieder eingecremt! Hahaha! Bei dem schönen Wetter! Nicht, dass ich mir Sonnenbrand am Popo hole! Ach, hier auf dem Hügel! Ja, stimmt! Das war der Hügel, wo sie uns damals... ...ge... ...gezange genommen haben! Gebiebt! Zerpflückt! Zerfickt! Ich darf... Ne! Ich muss... Ich wollte es extra nicht sagen, aber Matze, haut es hier raus! Ja, aber ich muss dran denken, du streamst, Alter! Da ist er! Er schießt auf mich! Da ist er! Er schießt auf mich, Alter! Beutel, schießt bitte auf ihn! Ja, ich seh ihn doch nicht mal! Mach ihn kalt! Er schießt an der Straße! Gerade zu! Gerade zu! Ich seh ja keinen! Ja, genau! Hinter Busch! Hinter Busch! Leute, guckt euch den Beutel nochmal an! Gleich ist er weg! Au! Au! Der schießt auf mich! Beutel! Ich bin tot! Der ist tot! Der ist tot! Nein! Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Der schießt auf mich! Er schießt auf mich, Alter! Ah! Beutel, schießt bitte auf ihn! Ich seh ihn ja noch nicht mal! Der ist tot an der Straße! Warte, ich geh mal hin! Gerade zu! Ich seh ja keinen! Ja, genau! Hinter Busch! Leute, guckt euch den Beutel nochmal an! Gleich ist er weg! Au! Du schießt auf mich! Beutel! Ich bin tot! Der ist tot! Der ist wirklich tot! Nein! Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Ich hab'n drei Headshots mit der besten Shotgun-Munition verpasst! Mensch, läufst du rüber? Ich mach' den Platz jetzt! Wer schießt auf mich, Alter! Der Hund ist tot! Sehr gut! Der hat mir, glaube ich, auch einen reingepresst! Oder kam das von rechts? Aber irgendwie hat's nicht abgezogen! Sinnlos! Ey, ihr habt's gesehen, liebe Zuschauer! Das waren alles dreis Headshots! Der ist nicht umgefallen mit der besten Schrott-Munie, die es gibt! In dem Spiel! Tatsache! Der hat mir nichts abgezogen, Alter! Beutel, ich bring deine Klaren mit! Vor allem mit sieben Millimeter Backshot! Das kannst du echt erzählen! Immer! Das kannst du echt erzählen! Schießt der Typ, oder? Ja! Der Skepp! Ja, immer! Du kriegst immer Backshots, Alter, von diesen Idioten! Du bist tot! Sensationell! Ich meine, gut, ich stand halt auch da, hab mich nicht bewegt, aber ich wollte halt auch unbedingt seinen Kopf treffen! Benji? Ich such' Beute! Wo rennst du hin? Ich such' Beute! Ach, der liegt hier rum, ja? Hast du die Knarre? Nö! Nö! Ich weiß doch nicht, wo Beutel verschwunden ist! Wo Beutel drücken nehmen willst du? Ach, da liegt er! Ach, da liegt er! Okay, ich halt mal ein bisschen, ja, Rückendeckung! Deine Munition hast du ja alles im Secret Container, ne? Beutel! Ja! Was sagst du? Was sagst du? Deine Munition hast du alles in deinem Container? Ja, ja! Was soll ich denn noch mitbringen? Oder kann Mats da noch was mitnehmen? Ich weiß nicht! Ja, schmeiß' einfach alles irgendwie ins Gebüsch! Ja, schmeiß' einfach alles irgendwie ins Gebüsch! Ich kauf mir jetzt Neues! Deine Korund wär schon cool, ne? Wenn du die wiederkriegst! Naja, kannst du halt wie gesagt irgendwo ins Gebüsch schmeißen, wo es keiner findet! Ja, schmeiß' deine Korunden ins Gebüsch, ja! Warte! Au! Scheiße! Mist, ich war auf dem Test-Dop! Was? Nein! Verbergen! Ich hab' den Hund! Das war's! Richtig scheiße! Ah, pass auf, Matze! Ich hab' mein ganzes Zeug abgelegt, damit ich dein Zeug ins Gebüsch werfen kann! Seh'n los! Mist, ey! Könnt' mich doch jetzt hier nicht alleine lassen, Alter! Nicht, dass der nicht alleine ist! Mhm! Ey, ich muss eigentlich nur einmal aus dieser Map raus! Ey, Shoreline war mal so geil, das kann echt nicht sein! Jetzt kommt der Sarkasmus zum Vorschein! Ich wollt' grad sagen, wir müssen jetzt eigentlich einfach wie deine Mutter! Haha! Haha! So, ich bin gleich am Tunnel! Tunnelblick hast du den Tunnelblick! Alles gut geht! Ja, passt! Das ist nur der Rohmix, Leute! Das klingt noch nicht so wies! Ich deine Mutter seh' ja, krieg' ich Tunnelblick! Hahaha! Jetzt! Alter! Ich hab' so viel von euren Mutterwitzen gehört, Alter! Das ist jetzt! Der kam gut! Haha! Wollen wir zum Dorf? Ja! Na dann! Ja! Wo sind wir denn noch? Na hier an der alten Sägemühle! An der neuen Sägemühle im Prinzip! Mhm! Ja! Die neue Alter! Sieht aber alt aus! Mhm! So wie Beutels Mutter! Haha! Ich wollt's grad sagen! Hahaha! Jetzt hab' ich schon so oft von Beutels Mutter gehört, ich kenn' die praktisch schon selbst und kann auch mitzumachen! Wollen wir hier looten oder wollt ihr gleich zum Dorf? Ich wollte gleich zum Dorf gehen! Okay! Weil die scheiß Sägemühle, das ist ein Grab, Alter! Bin ich schon so höflich verreckt! Ja! Weil oben wieder einer an den Felsen gammelt! Aber wie kann ich ihn jetzt hier? Ey, oh! Ey, ich hab' die Flugstunde in meinem Alter aufbracht, ne? Haha! Ich bin schon! Das war aber böse! Ja! Auf uns schwecken! Wie gut? Der stapft da drinnen rum! Ist der in der Bude, sag mal? Ist der da draußen offen? Äh... Ich hab' was auf Holz gehört! Guck, der ist im Garten! In der Schweinemast! Ja! Ah, da hinten ist er ja! Tot! Sehr gut! Ähm... Ich renn' mal in meine Bude, wa? Ja! Mhm! Geile Brille hat drauf! Geile Brille! Geile Brille! So ne Möge, die, äh... Felspengs! Ah! Die ist gut, ja! Die gefällt mir auch so vom Style! Sie hat so... Panzerung! Also 25 von 25! Schüsse vom Berg oben! Ja! Ja! Ach Scheiße! Jetzt hab' ich das Diary vergessen rauszunehmen! Jetzt ist das nicht mal Faunen Raid! Alter, leck mich doch! Wächst jetzt? Ja! Ach! So'n Scheiß! Na ja, dann kriegt's halt Peacekeeper! Der notgeile Hund! Ist jemand in meinem Haus? Ich? Okay! Ich labe mich an deinem Loot! Ich vergehe mich! Ne, wir können ja im Beutelshaus... Ne, wo ist der Beutel? In meinem oder in seinem? Keine Ahnung! Ich bin in meinem Haus! Du kannst deins rüber! Ah! Benji, rennen wir in meine Hütte rüber! Läuft einer draußen? Ich bin auf Holz gelaufen! In meiner Hütte! Ich bin im... Am Schweinesbrook! Bin mir nicht sicher, ob ich jemanden rennen gehört hab! Ne, das war Beutel, der da mit seinen Hackenschuhen auf Holz rumläuft! Mach mal bei mir die Tür zu, ich hab' Angst! PHS! Geh nach! Mal hinter'n Haus! Okay! Ich geh'n Schuppen! Okay! In mein Schuppen! Nein! In Meinen! In deiner Jauchenbude waren wir ja auch nicht! Ich hab'n Schuppen den Skeff gekümmert, währenddessen ihr euch schon gelabt habt am Loot! Ja! Das stimmt! Also du musst's mal so sehen, wir haben... Wir haben... Waren so großzügig dir den Skeff zu lassen! Ah ja! Okay! Sorry! Dass ich das nicht richtig gecheckt hab! Ja! Du musst das schon deuten! Sonst sind wir beleidigt! Beutel! Mehr als ich! Naja, aber du kriegst ja schöne XP jetzt! Ist ja auch was! Da hinten lag noch so ne Maske! Von dem Typen! Wie heißt der? Ja! Ich renne meine Schuppen! Nicht Freddy! Ja genau! Uh! Wodka! Also ich kann mich nicht beschweren! Ich bin voll und hab'n Haufen Zeug! Ich hab' Plex gefunden! Keck! Tape! 40 beschwert! Naja, aber da kannst du das Visier holen! Im Eintausch! Gestern hab ich glaube ich 23 gekriegt dafür! Was für Visier? Mehrere Visiere kannst du bei... Ich weiß gar nicht mehr bei welchem Dealer... Kannst du eintauschen gegen Plex! Also hier... Nicht Visiere... Wie heißt das? So ein... Augenschutz... Faceshield! Genau! Ich hab'n LCD! Ich hab' Wodka! Ich hab'n Fuel! Fuel! Gefühl! Ich hab'n Gefühl! Das erste vielleicht bei Jana! Oder bei Benjis Mutter! Sieht's aus? Also ich bin... Ja... Von mir aus, ja! Ich hab'n Süppchen und dann kommen wir los! Mhm! Ich bin voll! Ich komm' raus! Ja, ich trink' auch nochmal schnell was! Genau! Der Wodka ist so Matze! Ja! Ich hab' mir gerade Wodka Cola gemacht! Geh' schon mal runter an die komische Kiste am Wasser! Ja! Ja! Okay, ich komm' zu euch rüber gerannt! Hm! Wir sind schon hinten raus! Äh... Beutel, hast du überhaupt Kohle mit? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Entschuldige die Frage, Monsieur! Ja, Mann! Du alter Pisser! Halt's Maul! Klar! Ja! Klar, ich hole mit, du... Motherfucker! Du Elendiger! Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ist nichts! Hat schon jemand... Feuer durch! Alter! Was? Da hast du ein Feuerzeug übersehen! Das ist 3000 wert! Du kannst mit 5 so einen Dingern drüben, kannst du in Benzinkanister craften! Ey, Gers, welch? Ne, du brauchst auch noch was anderes! Ach stimmt, das haben sie geändert, ne? Ich glaube auch, du brauchst 10 von denen und noch irgendwas von den anderen. Früher waren es 5 Zippos und 5 von denen, die ich gerade gesammelt habe. Ja, liebe Zuschauer, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ab und zu, wenn man so große Verluste hatte wie wir heute, muss man auch mal looten gehen. Nix, nischt! Ja! Ich kann dir auch ins Benz schießen, da wird es spannend! Mats, hast du dich bewegt? Ne, ja jetzt gerade auch! Hast du Schritte gehört von rechts? Ne, aber ich hab glaube ich Schüsse gehört! Echt? Wieso hör ich das nicht? Einmal aus Beutel! Ich geh mal hoch, weil es sind nur noch 10 Minuten. Ja, Benji, auf dich müssen sie als erstes schießen! Jo! Kein Problem! Sehr gut! Schön rausgekommen! Junge! Das war es. Heute ist das für ein bisschen was Russisch. Es ist ein bisschen was für mich, der wirprofitsilen! Was ist mir das? Ja, wenn wir ins